Ich bin auch besser als Danny Richtig, du bist ja sowieso viel besser als Danny, von daher Besser als die alle zusammen, mal zwei, Alter Zum Quadrat Also eigentlich müsste ich rüber zu Phil, ja Morgen, Sunshine Ja, das wär fair gewesen Ja, ja Also alle drei gegen Kolke Ja Ist mir ein Rätsel, wenn du zwei volle Rockets fressen kannst, wenn du grad gespawnt bist Ich bin in die Rüstung reingerannt Da lag, äh, Amor Sister Da lag, Amor, Digga Hä Was ist denn? Kannst du das sein? Achso, wahrscheinlich weil Zeit ausgelaufen ist Ja, Zeit ist ausgelaufen Ich muss Sound lauter machen, aber ich kann halt nicht Ich will ja auch gerade Was ist denn hier? Führung verloren Ach, Leute Alter, ich war mit der Pumpe übel zu close Lass mal kurz lauter machen Führung verloren Ja, gar nichts Danny hat schon auf dem TS, ja Dominik, du hast dich gemutet Dein Microphone ist irgendwie aufgeturnt Aufgeturnt Monik, dein Mike ist immer noch aufgeturnt Ich wusste, dass das aus ist, ja Quart erscheint Quart erscheint Quart erscheint wohl Fuck, da liegt der nur Doch, jetzt ist er ab Was kann man sagen Wieder weird Quart erschienen Team Gleichstand Team hat Quart Ja schön Hä? Quart am Arsch, Sister War ich Wunsch da, Alter? Das ist ja bitter Was ist das, Danny? Ach komm, verpiss dich doch Boah, du hast mir übelst gegeben Okay Noch ein Hit mehr oder ich wär tot gewesen Ich weiß, da war ich auch gekauft Da hin Da hin, so Gelatscht Nee, danke 16er Pferde Hast du ihn denn schon kaputt gemacht? Ja Versuch mich immer zurückzuhalten, Alter Das ist nicht so einfach Nein! Dein Knockback, Alter! Da kommt noch einer Kick Ob das runtergegangen? Ja, ist da drüben Bullshit Das schreit nach Bullshit Nachts, Quatsch Ist ja klassisch outplayed Immer doch Protection erscheint Achtung Wir holen uns Protection Hab ich gehört Naja, am Start, Mann Drinnen rein Wo sind die Gegners? Da unten Echt Kaputt Nice Protection on the Stizzle Komm her, hol dir, hol dir Mega Gehen sie kurz Bin's da Tank In der Mitte geht was Wo geht ihr das Movement? Moment Ich war gerade einer als Tengi Und bin's immer noch Heavy ist einer Ja Deine Pisse, Alter, ne? Ja Oh, hier ist gefährlich Oh, das ist gefährlich Ich weiß nicht, wie ist es Das ist ein Oh, das ist ein Das ist ein erscheint nichts da sonst wieder schön geschmeidig quatsch warum suicide wieder ich halte was was Du wirst halt nur rumgeschubst mit dem scheiß Rocket Launcher. Da kannst du dich aber auch selbst wegschubsen und so. Das muss man halt ein bisschen in guten Nutzen. Zu den Händen. Nice. Oh ja. Beide auf Rail einer tot. Beide tot. Lecker. Hause tot. Scheiße, das wollte ich haben. Das will ich ja auch eigentlich haben. Da haben wir drauf. Aus den Schatten. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Boah, Brudi, was machst denn du hier? Oha, oha. Muss man auch mal ein bisschen überpassen, ja. Ich finde einfach keinen. Da ist einer? Oh, lol. Der ist ganz schön geplatzt, Alter. Ja, mit meinem 20 AP-Cold doch viel machen. Ich habe auch nichts gerade. Kannst du mich mal... Wow. Ah, der war jetzt Berlin gewesen, der Schatten. Aus den Schatten, Baserei. Ich hatte halt viel zu viel Rüstung. Ja, was macht denn er da? Bitte nehmt, danke. Ja. Könnte ja einfach. Was hat dir schmecken, Denny? Mal wieder Rail. Wir sind beide hier. Beide hier ist wo? Ne, du siehst doch, wo ich bin. Oben. Oben. So schön. Hat er noch einen schönen Railhead von mir. Hätte gern ein bisschen Leben gehabt jetzt hier. Was hier ist bitte? Quart erscheint. Quart erscheint. Quart erscheinen. Quart Damage. Höh. Schadensmeister. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Glaub ich hab die nicht mehr getroffen. Ich werde mich verarschen. 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 hier protection erscheint Ah, ich bin low. Ach. Hallo. Lass mir doch die Kills. Hallo. Hallo. Hat Protection hart, Brody. Ja, sieht gut aus. Der macht den selben Move wie vorhin. Wieso bist du eigentlich nicht mit dran geblieben, Danny? Dachte, wir machen den mal kaputt irgendwie. Den wäre ich doch gar nicht ran da, Alter. Vor Selbstmord. Du bist abgehauen. Oh, was abgehauen. Bei dem Typen mit der Dings. Mit der Protection. Ich gehe da rein und versuche da was, weil ich dachte, wir gehen zu zweit rauf. Ach so. Mega low. Ja, das Problem war, dass wir hinter uns waren und uns beide halt einfach ohne Schaden gemacht haben. Hatten wir ihn weg machen können. Das war gut. Gut. Haha, yeah, boah. Du bist mal reingeschottet da. Super, schön, dass du die aufgehoben hast. Ja, aber die gibt ja 100 Health, wie kann ich dann sterben? Du warst One Shot weg, ja. Die Pumpe macht im Nacken eher so Damage auf Leben. Wie wollen die denn jetzt hier beide, Alter? Puschen mich beide. Aber davon wusste anscheinend nur einer. Muss mal kurz los. Der Rocket Launcher. Quad erschienen, Quad Damage aus den Schatten, Shotgun Gods. Wir werden jetzt irgendwo auf Mega schimmeln. Äh, Entschuldigung. Hilfe. Mit der falschen Waffe rein. 40 hat er. 16. Echt? Das war Mitte hoch. Der andere war hier. Der geht zur Rail. War schon gekillt vorhin. Hat ne Rail auch. Oh, mega. Ich hab... ...gekriegt von mir. Rund in Mitte seiner. Ja gut. Jetzt hab ich... ...kein Leben mehr. Mit der oben ich komm' Oh, nice. War deine Monie in dem Moment leer? Ah ne, war Basti auf einmal. Wo war er denn? War schon vorbei. GG. So, Basti, bist du jetzt glücklich? Hast du jetzt dein Team-Deathmatch fertig? Achso, musst du jetzt gleich erst. Bis zum nächsten Mal.